peace meine lieben freunde und damit herzlich willkommen zu der vierten folge von der vierten und der ersatz der zweiten die eigentlich heute kam kommen sollte aber nicht kommt bei mir im kanal wir haben uns dann entschieden wir machen es doch nicht so dass es abwechslungsweise ist sondern auf jedem kanal 1 2 3 4 5 also immer jedes und dann lasse ich dich noch die berühmung ja ich würde sagen los geht's heute wieder genau ich habe hier noch ein paar sachen die gar nicht mir gehören das hier das hier diese sachen gehören nicht mehr was ich denn das hier als erstes ja in der kiste soll ich das machen nein lass es lass es das ist schon gut aber kann ich mir das ausbauen irgendetwas das ist mein partie unternehmen damit wir mir ich bin noch im kreativ mode leute entschuldigen dass du mir leid ich habe es eben gar nicht gemerkt das war irgendwie so eine probleme den schien und auch noch aus in der zeit wo ich weiß gar nicht recht aber das ist jetzt nicht so wieso habe ich jetzt immer noch einer wasserneimer das kann doch nicht sein du ehrlich genau dann bauen wir uns von oben da nach drüben ja nein ein wasser einmal gehört ja ja ich habe jetzt mal hier von hier unten von der wasserneimer mit dem wasser einmal nach unten gehen ja was machst du dir oder willst du nicht kennen davon willst du von unten oder von hier kannst du entscheiden ja ich bin von unten das ist besser gut dann fäng du mal an ich hole mehr sachen ja aber ich brauche überhaupt noch stein und ja 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 dann das ist im letzten letztes woher kriegen wir steine ja kommst du mir reiter ja 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 ich bin ja das ist ein gewitter wartet das nervt mich dass man ein bisschen leise ja gut ja hier sind meine sache drinnen und der meint ist unten in der kiste nein den hat der ist dass mir die jahre schon gewählt stimmt genau die schaufel noch das haben wir gehabt ja ich hätte einfach für dich ein bisschen 29 erde ja das wird aber nicht dann dann holt holen wir uns stein von unten ja ich denke ja nie warte schnell wollen wir wollen wir auf die insel mit dem schaf oder wir könnten natürlich auch auf die insel mit dem will ja dann wir gehen auf die insel wo es essen gibt weil wir brauchen essen ja ich weiß doch mit den schäfen und dem schwein wir schaffen im schwein als sie gar nicht mehr ja von oben sie man die nicht okay ich sehe jetzt warte wir hatten ja millions haben ja gepflanzt nicht mehr ja wieso sind denn die nicht mehr hier naja gut okay aber wir haben millionen das ist schon mal kein schlechter kein schlechtes ende was du hast du jetzt noch warte ich mache das alles ein bisschen kompliziert ich nicht baum mal hier hast du gestorben oder kann man den abbauen ja ja gut habe ich ihn und ja du hast du weil das ist alles ein bisschen kritisch hier hinter genau hinter dem ja genau einfach ich setze hier so die jetzt den schafen und zu den zwei kisten produkte hin die wir hier so lalalalalala wir haben hier noch was vor ich wissen holschwert ja oder einen melanchol und ein steinschwert das habe ich das ist ja ich gebe es dir ich gebe es dir ich gebe es dir nicht so hat sich mein kleiner gut hast du ich habe einen melunenkirnen schaut zu meinen lieben freunde und dann zu einem großen und dann zu meinem frühstück genau wie und hier tue ich jetzt mal meine sachen hinein weil wir bauen uns ja noch da drüben und dann millionen brauche ich noch wasser ich esse mal ich esse mal kurz was wieder voll habe und jetzt hast du noch essen noch millionen ja schön willst du millionen wie viel hast du noch gut dann gehen wir ja alle sachen hast du da also alle wertvoll und tut das schwert auch da rein ja das brauchen wir ja gut zum tüten dann brauchst du uns jetzt lieber und ich komme danach aber man muss aufmachen nicht dass du runde fällst hoch knapp knappe garotte ist immer so knapp du sagst wenn man kann er lange hast oder so aber ich nehme ich habe noch die alten pickaxe raus und dann nein nicht mitnehmen ich habe nicht raus ich bin runter gefallen aber nicht so schlimm ich hatte nichts dabei aber schau wir sind es geht immer aus wie lauer aber schau wir sind es geht immer aus wie lauer nein mein minecraft hatte gerade ein fail und dann wieder ohne gefallen aber naja ich hätte ja sowieso jetzt gar nichts aber wirklich nicht ich habe nichts gemacht nein ich bin ich bin von hier schau mal ich bin von hier nach unten gekommen ich kann dich gar nicht in die lava schupfen aber junge wieso du hast meine pick wo oh nein ist weg er ging gerade weg ja ja das ist bei mir auch so wo ist meine pick oh man jetzt hast du meine pickaxe jetzt müssen wir wieder oh nein wieso hast du meine pickaxe was hast du jetzt daraus genommen nichts ja gut ja hm ich nehme mal den Eimer ja und schaue wie ich wieder an eine oh nein das ist ja hier oh warte so nein gut Eimer mal schauen ob er da ja wir kommen nein an eine Schaufel und ein Schwert Eisenschwert und einen Stein dazu gut wir sind schon 8 Minuten am aufnehmen 8 Minuten 30 ja 8 Minuten 30 ähm hm äh was haben wir noch ah so außer dieser etwas aus ähm hm schwierig ich nehme mal noch den minecart mal schauen was ich noch also aus diesem und dem minecart machen kann oh da können wir ja gut ja gut ein goldener Apfel der hat 1900 die zusammen haben was haben die ja gut warte was willst du machen nichts 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 die macht keinen scheiß weißt du wegen diesem Dats golden aber das ja ne 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 mach keinen scheiß das können wir dann machen so wenn wir dann i hm ich weiß echt nicht mehr wie ich eine wie oder doch sie machen gar nichts mehr wie bringe ich ach Mensch und ähm es hat sich übrigens herausgestellt dass das mit dem Kompass nicht geht ja ähm Ich habe auf meinem alten Server ein Plugin installiert und der denkt, ja, ja, funktioniert sicher. Aber nee, du, so nicht. Ja. Mann, was haben wir noch? Was war das? Diese Schaufel, diese große Schaufel, die brauchen wir wirklich nicht. Nee, das brauchst du. Ja, du kannst ihn das Feuer werfen. Oh, nee. Geh nicht? Wieso kann ich ihn in den Sinn tun? Nur wenn ich hier etwas drin habe. Geht ja, ich kann dir gar nichts machen. Ja. Aber die haben wir ja. Aber zum Glück gibt es da so einen. Kann ich denn Peste machen? Junge. Entschuldigung. Ein Wasserheim. Ja, schau, am Ende habe ich wieder alle meine Items drin. Ja, dann ist alles wieder weg. Kannst du kein, hast du kein Wasser? Nee, nee, nee. Bau jetzt zwei da. Bau, wir können jetzt, weißt du, können wir hier nochmal ein bisschen spagessen? Äh, Spagessen. Ich gehe mal, ich nehme mal oben mal ein wenig von der Insel weg und dann haben wir noch mehr. Warte, aus den Melonen mache ich kurzen Melonensamen. Nein, weil das über 1, 2 brauchen wir. Diese zwei Melonen kommen hier und hier hin. Noch, ist das hier? Oh nein. So, ich spag mal hier die Insel ein wenig ab. Es fliegen jetzt, dann kannst du die Einsamen, die Erdteilen, die hier runterfliegen. Ist eins geflogen? Wo? Ah, äh, ja, wo kommen die hin? Nee, ich sehe keins. Jetzt ist gerade eins von dem Blumen. Ah ja, kann ich. Ja, gut. Kann ich einsammeln, wenn du willst. Gut, dann machen wir das. Aber wir haben keine Pickachse mehr. Ich nehme es auch, ich kann alles mit. Gut, wir können uns einen Stein wieder machen, aber nur wenn wir... Warte, Holz, Holz. Boah, ich bin wirklich ganz knapp. Ah, und hier... Hier ist wieder, sorry für die Hintergrundgeräusche. Das ist nicht, äh... Das ist nur draußen. Äh, warte, bin ich hier. Warte, das schaffe ich. Das kann ich. Nein, ich habe genau... Oh, scheiße, ich bin gerade in der... Sehr verzückt. Soll ich sie... Soll ich sie auch... Soll ich sie abbauen? Ja, baut sie doch von hier ab. Ja, stimmt. Ah, bin ich so. Ah, ich bin immer so doof. Komm, Kistchen. Ich will dich. Wo ist die Kiste? So, jetzt kommt sie. Ja, ich sehe sie. Ich habe sie. Also, ich baue hier eine Doppelkiste dafür. Ja, was soll ich jetzt eigentlich von hier oben? Warum, das ist jetzt sowieso nichts mehr. Soll ich jetzt das auch abbauen? Oh. Warte. Ich will schauen, wie ich jetzt das... Ja, komm, ich baue jetzt von da oben das ganze Holz ab. Das brauchen wir eh nicht mehr. Stein. Und Stöcke. Aber da kommen die leider kommen, wenn man nicht auf dem Seil war. Stein und Stöcke, was können wir so... Ist das gut, soll ich sie das Holz abbauen oder nicht? Was? Ne, oben soll ich sie das Holz abbauen? Ähm, nein, das bringt nichts. Warte, sie hat gerade geklopft. Bei uns. Ja, ich baue das immer ab. Sie hat gerade geklopft. Bisher haben wir nämlich wieder... Aber, nein. Oh. 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 Ich hab's endlich geschafft. Vicko, Bella. Steinspitzhacke, können wir jetzt da eine Eisenspitzhacke draus machen? Ja. Gut. Wir haben wieder eine Eisenspitzhacke. Haben wir wieder eine? Wunderschön. Wunderschön. Gut, gut. Wunderschönen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Alles da rein, außer der Trick. Also, ich will mal sagen, das war eine geile Folge. 13 Minuten. Komm, wir können nur eine Minute spielen. Ja. Da klopft schon wieder jemand. Weißt du? Also, die klopfen... ... von außen. Das sind wirklich Spacken. Spacken neben. Okay, komm. Sorry. Was sind die Spackenieseln? Das ist mein Bruder, der uns stressen will. Bei der Aufnahme... Gut, ich hab keinen Trick mehr. Gut, ich denke, das war auch schon die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lebt dann ein Like da oder ein Abo. Ciao, meine lieben Leute. Ciao, ciao.